Herzlich willkommen zu einer neuen astrologischen Analyse und heute schauen wir uns natürlich einen der familiärsten Tage des Jahres an oder einen der für die Weihnachtsgringe eher schlimmsten Tage des Jahres, nämlich wirklich Heiligabend, dem 24.12.2023. Wie wird Weihnachten? Und um das gleich mal auf einen Punkt zu bringen, geschwätzig, gestresst, Ruhe bewahren. Das heißt nicht unbedingt, dass es zu Konflikten kommen soll, aber es wird viel Geschnatter geben. Es wird vielen das Herz auf der Zunge liegen, wie man so schön sagt und unter Einfluss von Alkohol könnte das alles noch etwas drastischer wirken. Also auf was ist denn zu achten? Ich habe jetzt einfach mal den Abend angenommen für Weihnachten, nämlich so 17 Uhr, ist ja Abendszeit. Da kommt man zusammen mit der Familie, wir haben einen wunderschönen Krebsaszendenten, wo sie um die Familie geht. Und wir haben den Mond im Zwilling stehen. Und Zwilling ist ja natürlich schon mal Kommunikation, Kommunikation über Gefühle. Da rührt sich auch was, da wimmelt was. Das kann sein, dass das eben ein sehr geselliger Abend auch wird oder dass vielleicht mehr Leute kommen oder unerwartet mehr Leute zusammenkommen, als du vielleicht geplant hast, auch heuer Weihnachten. Also das ist immer so ein bisschen wimmelig, wuselig kann das sein. Und das eben auch noch dazu so im Elferhaus. Das ist natürlich so diese Gruppe, die Gesellschaft. Und da haben wir auch gleich einmal so dieses Elferhaus. Also was kommt denn da zusammen? Welche Art Gruppe kommt zusammen? Wir haben den eingeschlossenen Stier. Das ist also die Sippe kommt zusammen, ganz einfach. Aber gestresst kommt die zusammen unter einem Wiedereinfluss. Und der Mond steht eben dann im Zwilling. Das heißt, da können schon mal, da kann über Gefühle gesprochen werden. Da können auch so Themen, Mutterthemen, Kindheitsthemen können da natürlich aufpoppen, was ich persönlich ja nicht empfehlen würde. Also ich würde ja solche Sachen aus der Vergangenheit niemals so vorwerfen, weil die Person nicht darauf reagieren kann. Weil wenn du jetzt zum Beispiel einen Vorwurf hörst wie, du warst nie für mich da. Ja, wie soll die Person darauf reagieren? Also diese Vorwürfe, diese Kritiken immer in der Gegenwart lassen, so dass das Gegenüber eine Chance hat, auch darauf reagieren zu können. Und da haben wir einfach so Konstellationen, die ein bisschen auch darauf hindeuten, dass man da ein bisschen vielleicht in die Vergangenheit reinrutscht, gerade mit dem Mond eben so inneres Kind. Wir haben ja Uranus und Jupiter im Stier stehen. Also wir haben auf jeden Fall auch ein bisschen Umwälzungen in der Sippe, vielleicht eine Erweiterung, vielleicht ist jemand schwanger bei dir, vielleicht ist jemand neu dazugekommen, vielleicht haben sich auch irgendwelche Familienbeziehungsverhältnisse da geändert. Also das ist da durchaus eine Möglichkeit. Und das spielt natürlich auch dann, wenn alle zusammenkommen, eine Rolle. Was auffällig ist, auch noch neben dieser Ballung jetzt im 11. Haus, also in diesem Gemeinschaftshaus, gemeinsame Gruppe, haben wir die Zusammenkunft von Sonne und Merkur im Steinbock. Also der Merkur steht noch im Schützen, macht aber eben so eine Konjunktion hin zur Sonne. Und Merkur, Sonne, Merkur ist ja auch der Kommunikator, ist eben so der Planet von Zwilling fürs Denken, Kommunikation. Und da kann es eben sein, dass da auch sehr viel eben noch einmal Kommunikation geschwafelt wird. Der Mars spielt nicht direkt mit, aber lädt diese Konstellation noch ein bisschen auf. Also diese Konjunktion wird von dem Mars noch etwas bestrahlt, noch zum Mars im Schützen. Da ist man ja sowieso recht schnell einmal, vielleicht überschwänglich oder recht schnell einmal bei einer, auch womöglich einmal, wenn es um so Grundsatzdebatten geht, um Diskussionen geht. Aber Sonne, Merkur, Konjunktion und das eben, ja, da kann es einfach darum gehen, der Merkur steht im Schützen. Umso Werte, umso Ideale, die man hat und mit der Sonne im Steinbock natürlich auch um die Regeln. Das heißt, es kann die althergebrachte Struktur mit der neuen Idee so zusammenkommen und wäre natürlich positiv, wenn die zusammenwirken und etwas Neues, Positives entsteht, also ein Mittelweg gefunden wird. Es kann aber auch sein, dass das natürlich zu einer Anspannung führt, gerade in dieser Weihnachtszeit, in dieser aufgeladenen Zeit. Und der Druck des Alltags ist ja da, der ist auch sichtbar in diesem Horoskop. Und deshalb wäre auch mein Tipp und meine Einladung unbedingt, lasst bitte den Alltag draußen, egal wie viel Arbeitsstress du hattest bis zu diesem Tag, egal wie viel du herumgelaufen bist, egal wie sehr du herumgeschaftelt hast, bis zu diesem Heiligabend, bis zu diesem Zusammentreffen, bis zu dieser Verwandten-Familien-Rallye, die du womöglich machst. Lass das draußen und konzentriere dich wirklich auf das, was du möchtest. Das heißt, wirklich schauen, was ist dir da wichtig. Bleibe nüchtern, bleibe klar. Das wäre auf jeden Fall gut. Und versuche es, etwas zu genießen. Wie gesagt, die Energie ist sehr holter-die-polter. Also das können Höhen und Tiefen sein, also die da wirklich sich so fast staccato-mäßig auch abwechseln. Also da kann schon mal ganz schnell die Stimmung kippen, aber dann auch wieder, also in beide Richtungen. Also nicht nur in einer Diskussion, sondern auch ins Positive wieder kippen. Und ich denke, das ist eine Möglichkeit, dass das dann auch offen bleibt zu diesem Horoskop. Wir haben eben zu dieser Sonne-Merkur-Konstellation auch noch den Jupiter im Trigon stehen. Das heißt, eigentlich sind es dann womöglich auch Gespräche, wo vielleicht wirklich was geklärt werden kann im Positiven, wo sich etwas positiv fügt auch für alle Beteiligten. Wo vielleicht auch alte Missverständnisse sich lösen können oder alte Quereleien eventuell sich auch zum Positiven wenden. Also ist durchaus auch drinnen in der Sache. Saturn selber macht ja auch ein Sextil hin zur Sonne. Macht ein Sextil hin zum Merkur. Das heißt, der ruft auch zur klaren Sprache auf. Nicht Wischiwaschi sein, sondern nüchtern bleiben, eben vielleicht auch in jeder Hinsicht und schauen, dass man da klare Botschaften bringt, klar miteinander spricht und kommuniziert. Also du siehst, es geht sehr stark eigentlich um dieses Kommunizieren. Und das ist ja nur eine Art der Verbindung. Und ich denke gerade an Weihnachten und gerade wenn die Sippen so zusammenkommen wieder, dann ist es ja wichtig, auch da einen Weg zu finden, auch über die Kommunikation. Man muss sich ja nicht mit jedem hundertprozentig verstehen oder mit jedem abgeben oder sich über jeden oder allen ärgern. Also das wäre ja schon da irgendwie so der Sinn. Und der Saturn macht auch noch ein Quadrat zum Mond hin. Und das könnte natürlich schon bedeuten, dass da auch ein gewisser Stress, ein gewisser, ja auch bei manchen so eine gewisse Kühle ist. Also so die Distanz, wo man sagt, ich komme vielleicht nicht ganz so ins Gefühl. Dass das eher höflich bleibt, würde ich sagen, ein höflicher Austausch, aber vielleicht jetzt nicht das tiefste, größte Gefühl sein könnte. Und er ruft auch auf, um diese Klarheit, Nüchternheit zu erhalten. Also es geht da wirklich darum, klar bleiben, nüchtern bleiben und nicht jetzt irgendwie in die Kindheit reinzufallen und sagen, ja, das war so, damals war es schöner oder da ist jetzt jemand gestorben, der ist nicht mehr da. Also solche Geschichten, da einfach ein bisschen aufpassen, ein bisschen bewusster in der Gegenwart bleiben und genießen, was man hat, was da ist einfach auch. Zusätzlich zu diesem Saturn-Quadrat macht Pluto auch noch ein Trigon zum Mond hin. Und das ist natürlich emotional eine explosive Mischung, weil wir haben also, wir haben Saturn, der so diese starre Regeln, Klarheit möchte. Und dann haben wir den Pluto, den Transformator von Gefühlen. In einem Trigon ist das positiv. Also es können sich lange, schwelende, steckende Konflikte und Gefühle auch lösen. Das muss aber nicht immer angenehm sein. Also ich würde da auch besonders darauf achten, gerade mit Mond-Pluto in diesem Trigon drinnen. Also da würde ich auf jeden Fall schauen, dass du dir dieser Prozesse auch bewusst wirst. Das heißt, wenn du irgendwo das Gefühl hast, aus der Kindheit irgendwo Emotionen stecken zu haben, Mutterthemen stecken zu haben, dann schau, dass du das vorher klärst und nicht direkt womöglich mit einer Person, wenn du zusammenkommst. Weil sonst könnte da ein Konflikt natürlich vorprogrammiert sein. Warum das Ganze dennoch optimistischer ist und besser ist, weil letztes Jahr war es ja ganz massiv geladen, auch mit dieser plutonischen Energie. Also wir haben den Stress, wir haben das Quirlige, das sehen wir alles im Horoskop. Aber wir haben den kosmischen Kiffer, den kosmischen Friedenstifter, den Neptun. Und der macht ein Quadrat zu Merkur und zum Mars und ein Trigon zur Venus. Also mit Neptun, Venus, da fühlt man sich natürlich schon entspannter, wohler oder hat vielleicht auch das Gefühl, dass man etwas weicher und offener ist. Und jetzt mit dieser Quadratstimmung zu Mars und zu Merkur, da kann es natürlich sein, dass man sich missverständlich ausdrückt oder dass man nicht so verstanden wird in der Kommunikation, dass man da nicht so klar ist. Dass man vielleicht auch das Gefühl hat, mich schwindelt da wer an. Und da rufe ich wieder zu einer gewissen Erhabenheit, einer gewissen Größe auf, bitte steh da drüber. Stell dich einfach drüber. Auch wenn du weißt, er erzählt jetzt wieder irgendeine Geschichte in irgendeiner Variation, die für dich nicht so stattgefunden hat, dann muss man ja nicht unbedingt auf Konflikt gehen und das alles auf Streit bürsten, sondern man kann ja auch mal drüber stehen und das Ganze einfach einmal beim einen Uhr rein, beim anderen Uhr rausgehen zu lassen. Also wir haben eine quirlige Energie, wir haben ein paar Konfliktpunkte an diesem Heiligabend, aber im Großen und Ganzen, denke ich, könnte das auch ein sehr heiteres, sehr kommunikatives, sehr spannendes Weihnachten sein, wie du es vielleicht noch gar nie so erlebt hast. Ob jetzt im Kreise deiner Familie, wenn du neu irgendwo dazukommst, vielleicht ist es da auch spannend und neu. Kann ja sein. Und ja, das wäre eigentlich mal so der 24.12., also der Abend des 24.12., der Heilige Abend, Weihnachten, meine astrologische Prognose. Wenn du ein bisschen weiter schauen willst, es kommen jetzt natürlich die ganzen Jahresvorschau, aber ich habe noch eine ganz coole Geschichte bei mir in Linz live, am 29. Dezember habe ich Vision 24 heißt das Ganze, da halte ich einen Live-Vortrag, einen astrologischen, bei mir in den Räumlichkeiten. Du kannst dir von mir die Karten legen lassen, ins Horoskop schauen lassen und natürlich auch ein Aura-Foto machen lassen. Das heißt, das ist wirklich so eine Zusammenkunft von 16 bis 20 Uhr bei mir. Es gibt etwas zu trinken, es gibt eine Kleinigkeit zu snacken und wie gesagt, du kannst da gerne vorbeikommen, also wenn du in der Gegend bist, am 29. Dezember, Vision 24, du findest die Details auf meiner Homepage und genau, dann vielleicht sehen wir uns ja da und sonst wünsche ich dir auf jeden Fall ein frohes Fest und alles, alles Liebe aus dem wunderschönen Linz. Dein Oliver Ereni. Tschüss, bis nächstes Mal. Das ist eine Fanat. Tschüss. Kamala's. attern. Das ist eine Fanat.